Der Unkundigschweig ist wieder euer Kern und zurück mit Final Fall 2 mit dabei. Der sich in der Luft drehen der und ach egal, Carlos halt wie Hawk LP. Wir sind gespannt, was jetzt wohl passieren wird. Das war so klar. Ich werde, glaube ich, so ein Quiz hinbauen mit vier verschiedenen Antwortmöglichkeiten. A, B, C oder D. Wer wird Millionär? Was passiert als nächstes? Oh Mann. Oh Mann. Das war so ein Pärmling. Ich glaub, was nicht. Da wolltest du ausnahmsweise mal cool sein und dann? Ja. Wir steigen in den Zirkuszug nicht. Da ist es immer, wenn ich cool sein will. Und jetzt fährt auch noch der Zug weg. Vielleicht sind wir auch dauernd. Wir hatten so viel Zeit, anzusteigen. Ja, wirklich. Das ist ja zu schnell. Oh, sie springen doch noch auf. Oh, auf dem Zug. Kann man da auch noch irgendwo runterfallen? Wenn ja, dann müssen wir verdammt noch mal aufpassen. Dann könnten die Gichter aber auch irgendwo runterfallen. Ich guck mal. Wenn man an den Rand läuft, dann passiert nichts mal. Vielleicht zwischen den Waggons oder so. Dass da vielleicht irgendwo mal was auftaucht. Ich guck mal, weiter. Aua. Oh, Entschuldigung. Dass man auch immer... Dass man auch immer mit Schlagen drin ist, dann... Ich hab dasselbe Problem, wenn ich... Boah. Da konnte ich jetzt nicht mehr ausweichen. So. Na komm, die beiden sind weg. Dein Freund ist noch da. Oh, oh. Boah. Hahaha. Witzig. Oh. Wie viel hält dann der aus? Au. Auf Wiederer taucht bald mal Lebensenergie auf. Hoffen wir es. Du kennst nämlich ein bisschen was gebrochen. Du hast nämlich weniger Leben als ich. Ja, ich will nicht unbedingt jetzt schon wieder ein Continue brauchen. Wir haben nämlich herausgefunden, dass wir anscheinend sechs Continues haben. Sicher sind wir uns zwar nicht, aber ich glaube, sechs Continues, ja. Oh, Mist. Jetzt musste der mich natürlich britzeln. Oder ab, oder ab, oder ab. Mach du lieber den einsamen Dickditer platt. Hey, einsamer Dicker. So, gut. Oh nein. Der einsame Dicker hat mich getötet. Du hast schon wieder zu schnell gedrückt, sich jetzt zu Hecker auswählen können. Egal, der Kerl aus der Macht passiert. Wer spielt sich denn besser, Carlos oder Hecker? Ich tendiere momentan sogar so ein bisschen zu Carlos, weil er einfach schneller ist. Hecker ist halt sehr träge. Ja, dann bleib bei ihm. Aber Carlos macht weniger Schaden, habe ich das Gefühl. Ich bin so das gute Mittelding. Schnell und Schaden. Scheint so, ja. Mal kurz an das hinsetzen. So. Nö, da kann man anscheinend nicht zwischen den Zügen fallen. Hm? Oh, Mann. Ich hasse das, wenn die so Pritzel machen. Oh. Oh. Das tut mir nicht weh. Ich habe nur... Oh, die roten Schmeißen Molotow. Shit. Molotow Shit? Mhm. So, ich habe jetzt auch einen Kontinor verbraucht. Oh, nicht. Du hast fünf Leben, jetzt hast du nur noch vier. Ja. So. Endlich mal nicht vom Molotow getroffen. So. Der ist jetzt weg. Oh, das Spiel ist richtig gut. Das Spiel macht richtig viel Spaß. Das macht gerade richtig Laune auf jeden Fall. Ich habe nicht gespannt, was passiert. Oh, wir sind jetzt... Philippe. Philippe. Wow. Oh, nein. So ein Degen-Typi. Autsch. Oh, nein. Typ mit reichweiten Reichweite habe ich ja gefressen. Mhm. Hat der gerade so viel Schaden gemacht, wie ich das... Autsch. Oh, der kann auch noch über den Boden leiden. Alter. Der Typ killt mich ja total. Boah, Philippe verliert jetzt aber Energie. Autsch. So, Philippe. Ja, mach ihn. Du gibst mir eine, ich gebe dir eine. Schon klar. Das war fair. Auf alle Fälle. Wir haben uns gegenseitig abgeklatscht, dafür, dass der Kampf so gut funktioniert hat. Das nennt man einen fliegenden... Nein, nicht fliegenden Wechsel. Ja, Schlagabtausch. Sehr gut. Ja. Break drum. What? Was? Au. Was? Break drum. Kaputt hauen. Wenn Feuer kommt, daraus kommt, sollte man nicht unbedingt schlagen. Ah. Ich verstehe. Ich verstehe. Schlagabtausch darfst du mich, wenn es Feuer kommt. Ja. Hallo? Jetzt. Meine. Ach man, ich will auch mal wieder Pornos. Ich stehe kurz vor dem Extra-Leben. Wo sind wir denn jetzt? Die Tantelie. Svifu. Ah, Ritalia. Und zack und zack und zack. Sehr gut. Das war gut gerade. Dass ich nur in der Luft rumgehauen habe. Ach, du hast nur in der Luft rumgehauen? Ich habe gedacht, du hättest auch in der Luft erwischt. Okay. So, jetzt habe ich ein Extra-Leben bekommen. Sehr gut. Hast du gesehen, wie da rumgetanzt ist? Ja. Oh. Hm. Was zum... Ey, du sollst... Danke. Du sollst mal wieder springen, richtig. Oh, ich bin fast tot. Aber du auch. Ich weiß nicht, wieso. Das lief jetzt gerade beschissen. Das lief jetzt nicht gut, überhaupt in den ersten Metern. Soll ich denn so machen, dass immer einer oben lang läuft und der andere unten. Hm. Oh, die Kiste kaputt. Kannst du einmal werfen. Wow. Oh, ich kann zustichen. Ich konnte gerade nur werfen. Jetzt ist es weg. Verstehe ich es nicht. Du hast es wahrscheinlich jetzt gerade weggeworfen, hä? Oh, das hat sich ja dauernd was weitgewerfen. Oh, man. Ja, die Typen fliegen halt auf mich. Ich kann nicht so viel. Sieht so aus. Ah. Er kann es nicht lassen. Ich weiß, dass ich gut aussehen bin. So, ich halte mich jetzt hier auf. Kannst du mal machen. Okay, mache ich. Johnny und Atlas. Nehmen wir ein Atlas. Ich weiß nicht, wo Italien liegt. Ich frage mal meinen Atlas. Sehr gut. Okay. So, was haben wir denn? Oh, ein Schiff. Ähm, da. Oh, Schiff. Ich wette, da kommt gleich irgendwas raus oder sie schlägt mal wieder eine Tür ein. Ups. Und. Na, komm her, komm. Ich weiß doch genau, was du... Oh, Adore Junior ist da. Vorsicht. Oh nein. Oh nein, nicht Adore Junior. 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 Was war das denn jetzt, bitte? Ich mache Elliot platt. Und Adore Junior. Und mich. So, der verliert jetzt langsam Energie. So, ich mache das schon mal bereit. Alter Schwede, der verliert aber wenig Energie. Weil du immer dasselbe machst und nicht... Auch so finde ich, ist es relativ... So, relativ wenig. Na los, komm her. Na los, Andore, wir warte... Andore. Andore. Und Bartz. Ich wusste es. Unfassbar, dieses Vibe. Guck mal, die freut sich. Hallo. Und der macht Fotos. Yeah. Da sind Zwillinge. Von denen. Wieso? Oh man. Autsch. Ein Vibe zu bespringen, also ich glaube es hackt. Ja, sowas würde man auch nie tun. Ein Vibe bespringen. Oh, meine bitte. Doch, die Tüte hier glaube ich schon. Ja, sieht so aus. Die applaudiert die ganze Zeit. Ich finde sie richtig gut anscheinend, was wir hier machen. Dass ich besprungen werde. Ja. Noch eine Tüte, die ich gleich einschlagen darf. Mein Charakter fehlt mehr. Oh, Andore. Ach, Andore. Er kommt immer wieder. Er ist ein richtiges Stehaufmännchen. Gibt nicht auf. Sehr gut. Autsch. Oh nein. Drei Pritzel-Typies. Hilfe. Na dann. Mit denen wirst du schon fertig. Mhm. Au. Boah, wie viele von denen gibt's denn noch? Freue ich mich auch. Die scheinen hier Probleme mit der Elektrik zu haben, so viele Elektriker wie hier rumlaufen. Mhm. Au. Entschuldigung. Danke. Danke. Dafür hast du dann auch noch vom Elektriker einen mitbekommen. Oh. War's das dann mal? Jetzt aber. Du, ich muss mir voll ewig aufschlagen gelaufen. Leg dich nicht mehr an, ich kann Türen zerschlagen. Oh, meine Güte. Oh nein, das wird... Ich hab schon gedacht, wir müssten selber springen, dann ist ja alles gut. Mhm. Hm, wir kennen ja unsere Jump. Aha. Wie er damit zuschmeckt. Ja, irgendwie sieht das komisch aus. Wozu hat er überhaupt ein Schwert auf den Rücken, sag mal, wenn er es eh nicht benutzt. Ja, stimmt. Andorra. Aus. Und der hat mich wieder ganz doll lieb. Ja, tritt mich doch einfach... Oh, ja. Oh, nein. Wir haben uns lieb, das ist richtig toll. Mhm. Mhm. Ah. So, Andorra. Wirf die mir nicht alle über. Die sind wie Aki, die kann man ganz einfach überwerfen. Oh Gott. So, die nächste Tür. Mhm. Die ist wie Rambo. Die gute. Ja. Oh, Roland. Oh nein, Rolento. Der kommt auch hier vor? Wusste ich jetzt auch nicht. Also das... Oh. Wow. Der hat genau dieselben Tricks drauf. Was kann... Was kann Rolento denn alles? Eigentlich. Boah, ist der schnell. Wenn er... Wenn er auch noch mit Messern wirft und mit Granaten, haben wir ein Problem. Das kann er nämlich in Street Fighter auch. Boah, Alter. Der macht die ganze Zeit hier seinen Special Move. Das ist natürlich fies. So, jetzt ist Schluss. So. Jetzt kriegst du ein paar aufs Maul. Ja, du auch. Ja, das war schön. Boah, Alter. Geht mir auf die Schraube. Du bist gleich weg. Ach, das macht nichts. Dann komm ich wieder. Und zwar dreimal so stark. Okay, jetzt komm ich wieder. Und zwar dreimal so stark. Haha. Ja, auch. Okay, das war gut. Das war sehr gut. Ich hab ihm aber schaden gemacht. Ja. Das war... Okay, das war... Das war jetzt echt sehr, sehr gut. Ich bin begeistert. Ich hab schon wieder ein Leben verloren. Dank deiner tollen Schlagkopf. Das ist doch nicht zu fassen, ey. Boah, der sollte langsam mal richtig... ...auf Sichtbar Energie verlieren. Ja, der ist schon im grünen Bereich, also... ...das misst du jeden Moment so weit. Ja, sehr gut. Boah, Alter. Nein! Jetzt wirft er die Granaten. Weg da! Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Boah, Alter. Boah, da konnte ich nicht ausweichen. Jetzt hab ich ihn aber grad von Himmel geholt. Einmal kurz. Wie wähle ich jetzt den Charakter? Hä? Ja, einmal drücken, wenn da Continue steht. Und dann kannst du den Charakter auswählen. Alter, ist der heftig. Boah. Aber zum Glück hat er keine Kumpanen. Das wär auch noch fieser. Danke. Shit. Boah, Alter. Oh, der Kampf ist ja richtig heftig. Wow. Mhm. Sehr gut. Na? Fuck, jetzt hätte ich hier... Was? Shit. Genau. Ah, ah, da, 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 da. Boah. Sehr gut. Das war richtig gut. Boah, Alter. Der war mal übel. Das haben wir richtig gut gemacht. As Roland laid on the ground, it out our three heroes something shocking. You must travel back to Japan. There, yes, there, was there awaits you. There will you find the new science, Rina. But beware, my master is the most powerful in the world that you will die. Ha, ha. Ha, ha, ha. Japan, 11.30. Ja, Zeit für'n Knoppers. Das ist halb 10 und nicht halb 12. Das ist halb 10. Nein, Japan ist es halb 11. Äh, halb 12. Das war euer Keanu und... Euer WeHawk AP. Mit Let's Play Final Fight 2. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.